Ja, seid begrüßt zu meinem neuen Video. Heute mal das Endfazit zu der Pimax 5K+. Ich habe damals ja die Pimax bestellt. Ich habe sie jetzt so 7-8 Monate gehabt, ungefähr. In den 7-8 Monaten habe ich sie tatsächlich 6 Mal reklamieren müssen. Von daher kann ich jetzt so für mich zum Schluss sagen, Pimax ist von der Technik her, finde ich, die sehr gut. Das Feature of You ist super, die Auflösung ist super, die Farben sind halt ein bisschen nicht so ganz so farbfreudig wie die OLED-Displays oder nicht so ganz so farbfreudig wie die Index. Die Index habe ich jetzt übrigens auch hier. Die werde ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Aber ja, also technisch ist das Ding super, aber das Gehäuse ist an sich einfach nur scheiße. Warum ist das Gehäuse scheiße? Also nach 2, 3, 4, spätestens nach 14 Tagen kommen die ersten Risse im Gehäuse. So, und das ist der Grund, warum ich die Pimax jetzt mittlerweile, tja, 6 Mal reklamiert habe. Beim 6. Mal hat mir jetzt Pimax angeboten, das Geld von der Pimax halt zurückzubezahlen. Also alles komplett zu stornieren, weil sie da wirklich auch keinen Bock mehr hatten, dass ich da ständig halt storniere, beziehungsweise reklamiere. Ja, und wie wir sehen, hier so solche Risse hast du in dem Ding. Und kann mir keiner erzählen, dass das jetzt hier bei mir 6 Mal ein Zufall war. Dem ist einfach nicht so. Und abschließend lässt sich einfach nur sagen, dass das Gehäuse totaler Müll ist. Anders kann ich es nicht sagen. Das ist halt, abgesehen von der Verarbeitung der Kanten, ist das Material wohl so dünn, weil hier müssen ja überall diese Sensoren durchscheinen, weil das ja infrarot ist. Und darum ist das Gehäuse extrem dünn. Die Brille wird warm, ungefähr so 30 Grad. Und beim Abkühlen entsteht dann irgendwie Spannung im Gehäuse. Und irgendwo hat man dann da Risse drin. Tja, das ist leider nicht so schön. Und ich sehe nicht ein, da halt Unsummen für so ein Headset zu bezahlen. Und dann, ja, stehst du da und hast da Risse im Gehäuse. Das ist was für einen Arsch. Ja, trotzdem, technisch war es bis jetzt das beste Headset. Ich habe auch jetzt so viel Vertrauen zu Pimax, dass ich dank Matthew halt auch dieses Vertrauen aufgebaut konnte, weil der Matthew hat mir echt geholfen. Das heißt, wenn ihr mal Probleme habt mit der Pimax, dann wendet euch an den Matthew von Pimax und seid immer nett und höflich und der hilft euch. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, der Junge hat ein bisschen Stress, also ihr müsst ihn ab und zu vielleicht mal nach zwei, drei Tagen nerven, wenn er sich halt mal nicht zurückmeldet, weil da gehen auch schon mal Nachrichten unter. Und da müsst ihr einfach hartnäckig bleiben, aber ist ein töfte Kerl und der kümmert sich drum. Technisch, wie gesagt, immer noch super. Die beste VR-Brille, die ich bis jetzt hatte. Und da ich ja jetzt Vertrauen zu Pimax habe, weil durch den relativ guten Support, ich hatte also immer Glück mit dem Support, wenn ich was reklamiert habe, da war die Pimax innerhalb von zehn Tagen wieder da. Ich habe eine RMA, also ein Ticket erstellt, habe die Fotos gemacht oder ein Video gemacht und habe dann halt denen gesagt, dass das hier reißt und dass das halt für einen Arsch ist und dass sie das dann bitte reklamieren sollen. Demnach habe ich dann ein Versandticket bekommen von UPS oder von DHL und musste ich die Pimax halt einpacken, die Dokumente ausdrucken. Dann ein Dokument außen dran und dann auf dem Kartongroß RMA draufschreiben, damit das der Zoll erkennt. Und dann kriege ich innerhalb von ungefähr zehn Tagen eine neue Brille. Ja, war eigentlich soweit kein Problem. Nur allerdings, wenn die Brillen jetzt aus China kommen, obwohl es also eine Reklamation ist und ich kriege die Reklamation aus China zurück, dann ist es halt so, dass da nochmal Zollgebühren von 30 Euro drauf kommen. Ja, das ist eine Frechheit, wenn du da Dinge umtauscht und du bist nicht daran schuld, kriegst du nochmal 30 Euro aufs Auge gedrückt, die du vom Zoll zahlen darfst. Allerdings habe ich mich darüber auch beschwert bei dem Matthew und ich habe von ihm einen 100 Dollar Gutschein als Entschädigung gekriegt, dafür, dass ich die 30 Euro zahlen musste. Fand ich natürlich super. Ja, also demnach kann ich euch da nur halt vorbereiten, dass das halt sein kann, dass ihr da 30 Euro zahlen müsst. Das kommt irgendwie zustande, Zollgebühren oder so. Die schreiben da drauf, auf Warenwert schreiben die immer 50 Dollar drauf und von den 50 Dollar errechnen die dann irgendwelche Gebühren und die müsst ihr dann zahlen. Ja, die könnten auch frei Haus auswählen, das tun Pimax anscheinend nicht, weil frei Haus bedeutet, sie müssten alle Zollgebühren bezahlen, nicht ihr. Darum machen sie das nicht, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ihr dann halt da nichts sagt und ihr dann halt die Zollgebühren übernehmt. Ja, aber lasst euch das nicht gefallen, sagt, das geht nicht, Jungs, dann kriegt ihr da wahrscheinlich auch einen Gutschein oder sowas. Weil das kann ja nicht sein, dass der Endverbraucher da an den Schaden hängen bleibt. Ja, wie gesagt, technisch trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Brille. Gehäuse ist halt Müll, ihr braucht einen High-End-PC, da braucht ihr nicht anfangen mit einer 1080 oder so eine Scheiße. Da kauft ihr euch am besten das Beste auf dem Markt, was es gibt und dann läuft das auch vernünftig, weil ansonsten hast du mit der Brille keinen Spaß. Weil mit einer 1080, die läuft zwar damit, aber sieht halt scheiße aus, sieht halt bildmatschig aus und so. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ja, gut. An sich, ich habe hier noch von VR-Cover übrigens hier so einen Stoffbezug geholt, der ist ganz gut. Ja, das ist der Stoffbezug von der Gear 300, nee, von der Gear, Gear 4R ist das der Stoffbezug. Den müsst ihr da einmal dann in der Mitte durchschneiden und dann passt das. Allerdings nicht mehr mit dem neuen Comfort-Kit. Es gibt jetzt von Pimax neue Brillen, da werde ich jetzt übrigens die 8KX bestellen. Und die 8KX, die werde ich dann auch nochmal vorstellen, wenn sie dann da ist. Die wird wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr kommen. Ja, und die hat wirklich native 4K pro Auge und soll ein Hammergerät sein mit einem neuen Gehäuse. Das von der Ragged Dice Edition und das Gehäuse ist dann halt extrem stabil angeblich. Ich will es mal ausprobieren. Habe ja jetzt Vertrauen zu Pimax, hat ja geklappt alles. Ja, kriege ich halt das Geld zurück, also von daher kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Schicke sie nach 8 Monaten ungefähr zurück und lege noch ein bisschen was drauf. Und dann kaufe ich mir die 8KX mit dem neuen Gehäuse und ein neues Audio-Strap oder Audio-Kopfband. Das hier ist übrigens von, das Kopfband ist hier von HTC Vive. Das habe ich extern dazu gekauft, habe mir da so Teile ausdrucken müssen und dann kann man auch das benutzen von HTC. Ja, aber ich will das alles von Pimax ausprobieren. Was kann ich noch sagen? Ich habe mir die Base Station geholt, die drei Stück, habe die an den Wänden oben dran gemacht und dann hatte ich jetzt tatsächlich ein bisschen Tracking-Probleme. Wenn ich PyTool neu gestartet habe, ging es dann hinterher, aber da scheint irgendwie was noch im Magen zu sein. Ich werde es noch mit der Index ausprobieren, nicht dass es bei mir vielleicht am Controller liegt, weil der rechte Controller, der bugt ab und zu weg. Ja, abschließend kann ich jetzt noch sagen, Support war okay. Haben mir immer weitergeholfen, ich muss auch jetzt nicht unendlich lange warten, wie das bei manchen Leuten der Fall ist. Die Gehäuse, die übrigens reißen, es gibt ganz viele Leute, ich glaube die meisten, die lassen die Risse und stören sich nicht an den Rissen. Und daher wird es wahrscheinlich so sein, dass nicht so viele Leute oder nicht alle Leute die Brille reklamieren. Von daher würde ich sagen, lasst euch nicht beirren, wenn irgendeiner schreibt, hey, ist alles gut mit dem Gehäuse, ich glaube da nichts dran. Mit dem alten Gehäuse, das schwarze Gehäuse, das ist Müll und da solltet ihr euch einfach mal hintere Ohren schreiben, wenn ihr diese Brille kauft mit dem schwarzen Gehäuse. Müsst ihr mit den Rissen leben. Aber es gibt ja jetzt ein Silikon-Cover von Pimax, da könnt ihr die Risse schön mit bedecken. Sieht ein bisschen fetischmäßig aus, das Ding. Könnt ihr euch mal auf der Homepage von Pimax anschauen. Ja, ansonsten eigentlich eine richtig geile Brille. Schade, dass sie jetzt im Moment gehen muss. Ja, und nächstes Jahr wird dann meine 8KX irgendwann eintrudeln und dann werde ich nochmal meinen Senf dazugeben. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja gut, Leute, halt die Ohren steif. Bis dahin.